Hallo, heute mache ich ein neues Tutorial. Heute will ich euch jetzt zeigen, wie man einen Trichter baut. Der Trichter wurde neu eingeführt und manche das durch die 1.5 Version. Ja, also das ist überhaupt mal 5 Eisen und die ordnen hier, packt man so hin. Und dann eine ganz normale Tour hinpacken und dann kriegt man einen Trichter. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites, also ein anderes Tutorial machen, wo ich zeige, wie man den Trichter benutzt. Ja, bitte nicht vergessen zu abonnieren. Sehr, sehr toll, damit dir kein Video mehr verpasst. Ja, tschüss!